Moin so Leute, da bin ich wieder, euer Kornepi. Ja, lang ist es her, lang, öfters mal wieder ein paar Tage keine Videos. Woran liegt es? Ich hab zu wenig Zeit einfach. Ganz ehrlich, ich hab echt zu wenig Zeit, das ist nicht so, dass ich keine Lust hab. Im Moment ist echt bei mir die Hölle am Brennen. Und ich versuch, so wie oft wie es geht, Folgen aufzunehmen. Ähm, und da letztens mir Dark Messiah, sag ich mal, nicht passiert ist, sondern, ich hab's nochmal weitergespielt, ich hab's aufgenommen, so, zwischen zwei und fünf Parts, nee, zwei, genau, zwei waren das. Und, was ist mir, wenn es passiert? Das kann ja auch nur mir passieren. Ton, alles da, hm, aber sicher gehe ich immer und gucke mir die Videos nur ganz kurz an, ob alles okay ist. Und was sehe ich? Also, eher gesagt, was höre ich? Ich höre meine Stimme, ich denke mir so, hä, bist du so leise oder so? Ich hab geguckt, hm, ne, irgendeinem Sound ist laut und alles, okay. Dann gucke ich, wo mein Kabel, wo mein Headset dran ist, sehe, dass der Stummschalter auf Off ist. Ich denke mir so, nein, du hast gelabert, hast Blödsinn gemacht, und was ich nicht weiß, und hast dann aufgenommen. Äh, jung, fass dich mal im Kopf. Äh, in diesem Jahr muss ich mich entschuldigen dafür, da hatte ich irgendwie keine Lust nochmal aufgenommen. Ich hatte, ich weiß nicht, ob ich dann einfach weitermachen werde, oder, äh, in der Stelle weitermachen, wo ich jetzt bin. Das ist zwar nicht weit, da ich von 30 Minuten, okay, so sind es mal 27 Minuten, 20 Minuten in den Kreis gelaufen bin, und was ich nicht weiß, was so zum war, um den Weg zu finden. Ja, das ist halt scheiße. Ich gucke, dass ich das vielleicht mache, vielleicht auch nicht, muss ich gucken einfach, wie gesagt. Und ich gucke, dass ich spätestens morgen wieder ein oder zwei Parts hochlade, damit wieder welche da sind. Da ich gucke, ob der Stick, ich will wenigstens ein Video kommt, egal was es ist, also zumindest was ich spiele oder let's playe. Und, ja, es ist einfach nur, Moment, echt scheiße. Ah, das ist doch immer alles crap, muss ich echt sagen. Naja, dann bedanke ich mich für zuhören, und ich denke mal, das war's erstmal, oder? Nö, wenn ihr Fragen an mich habt, egal was es ist, stellt sie ruhig. Ich werde sie dann entweder im Video beantworten oder so als Text beantworten. Mal gucken, noch 11 Abonnenten, kommt Special von mir, ich weiß auch schon was. Und, gute Kumpel von mir weiß es auch schon, was ich mache, so gesehen zwei. Und, ja, freut euch drauf, wir sehen uns dann. Viel Spaß weiterhin bei meinen Videos. Haut da rein! Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.